Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Namen und Ionen wichtiger Salze. Als Vorkenntnisse solltet ihr gutes Wissen über Ionen, die Ionenbindung, Salze, Kationen, Anionen und das Ionengitter mitbringen. Mein Ziel ist es, euch in diesem Video diesen essentiellen Teil der Nomenklatur der allgemeinen und anorganischen Chemie näher zu bringen. Das Video habe ich in vier Abschnitte unterteilt. 1. Ionen Allgemeines 2. Ionen Übersicht 3. Salze Allgemeines 4. Salze Übersicht Auf eine Zusammenfassung verzichte ich. 1. Ionen Allgemeines Ionen kann man unterteilen in positiv geladene Kationen und negative Anionen. Ob aus einem Atom ein Kation oder ein Anion wird, hängt immer davon ab. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com und dann auf www.sofatutor.com